Hallo Leute, willkommen zu diesem Video. Ich war diesmal nicht live mit dem Brawl Talk dabei, aber ich werde jetzt darauf reagieren, weil es mich eher interessiert. Zwei neue Brawler, neuer Modus. Ich glaube, es ist das Schnellste. Wie konnte du... Und willkommen zu Brawl Talk! Ja, Wann. Was ist das hier? WELCOME TO SEASON 6, THE GOLD ARM GANG! Und wir gehen zurück zu den Wild Westen, mit Belle. Belle ist die Chromatic Brawler der SEASON. Sie ist ein Outlaw, die ließ zu robb Banken in jeder Stadt sie kann finden. Und sie ist eine Sharpshooter, und mit ihrem Main Attack, sie attackt die Target, und der Projektau bleibt immer wieder zurück und fort zwischen den Enemies, bis sie auspüren. Das ist richtig! Und für ihre Super, sie schießt eine spezielle Bulle. Und nachdem sie das Target schießt, wird dieser Target extra Schmerzen für viele Schmerzen. Also ihr sagt jetzt mal, das ist ein Brawler, der mit normalen Schüssen so weit schießt, bis er irgendein Target trifft, oder dann irgendwie ausgeht. Ja, ausgeht, aber sich zerteilt. Und wenn dieser Ulti getroffen wird, dann soll einfach dieser mehr Schaden kassieren, oder was? Das ist ja voll krass. Er bekommt auch eine Killer-Skin mit einem Brawl Pass, der nennt sich Bell-Gold Hand. Aber keine Angst, denn wir werden sicher sein, wenn wir den neuen Gun-Slinger-Colt-Skin haben, der erste in der Pass. Und wir bekommen auch ein paar Wild West-Skins, mit Marshall Ruffs, mit Fortune Tara, Amber de la Vega und... Amber kriegt schon mal einen Skin, der sieht echt nice aus. Okay, da ist sie. Okay, da ist sie. Den hole ich mir auf jeden Fall. Und für Golden Week, wir bekommen Neko-Beat und Gold Neko-Beat. Wie cute. Ich brauche... Also in diesem Update ist Lantern Sandy und Do-It-Yourself-Search. Und Ryan, wie über Archvielen-Beat? Als ob sie denn endlich... Ein neuer B-Skin muss rein. Egal welcher. Einer muss jetzt neu. Ich brauche jetzt einen von denen. Ich finde die alle geil. Das kann ich leider nicht. Das Update ist bis jetzt zu wild. Let's talk game modes, Ryan. Our newest seasonal game mode is called Knockout. This is a best of three where you'll try to eliminate the enemy brawlers. Now the twist is that once you eliminate the brawler, they don't respond. So you have to deal with a situation with only two brawlers on your side. Hey Danny, have you heard about Squeak? Squeak who? The new brawler. Bell doesn't squeak. No! Squeak is the second brawler that's coming. Irgendwie cute und irgendwie weird. In this update, he's part of Colonel Ruff's Star Force Trio. And an alien being that has evolved from the cumulative drool on Ruff's dog toys. That's true. And he throws explosive toys towards enemies. And the toys stick to walls and the brawler because of all the drooling. That's right. And his super is a frag bomb that when thrown on the map occupies a large area and explodes. So you'll have to be quick if you want to evade it. He's gonna... 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 Supercell. Endlich! Danke! Genau so was! Das ist viel gemütlicher wenn du solche Videos machen möchtest. Oder solche Replays. And true golden silver skins for Spike, Nita and Gene. And Duo Shutdown is coming. Oh! Freue ich mich schon! Jetzt kann ich immerhin bald alle Quests einfach in solchen Modus machen! Ich freu mich! zu den Mapmaker. So, thank you for watching, and we see each other in June. Skate on in a minute. Transition. It's with a heavy heart that I announce that this will be my last Brawl Talk. I've taken a new role at Supercell as the community lead overseeing all games. I've been on the Brawl Stars team for nearly four years. From Beta through Global Launch Adventures from Brawlidays to Brawlweens We saw Star Park together Dozens of updates, hundreds of sneak peeks And it has been the honor of my life to experience all of this with you. But the future of Brawl Stars is very bright. We have more players today than ever before, and the updates on the horizon are absolutely incredible. I will be cheering you guys on from the sidelines. I will see you Wait, you are not leaving me alone with Frank, right? That's right. Danny, I brought you some backup. What are you doing? What are you doing? Natürlich sagen sie es nicht. Das ist der Brawl Talk. Bester Brawl Talk, hätte ich gesagt, bis jetzt. Was haltet ihr davon? Schreibt mal in die Kommentare. Mich interessiert es. Puh, viel Informationen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Könnt ihr Like und Abo dalassen, wenn ihr wollt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.